Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Vanishing of Ethan Carter. Wir befinden uns beim Staudamm im Maschinenraum sozusagen, der die Turbinen antreibt. Beziehungsweise die Turbinen werden hier angetrieben. Und wir machen jetzt hier einfach mal das aus. Das heißt, hier kommt jetzt eigentlich dann dementsprechend kein Wasser mehr raus, oder? Doch, kommt es. Wie kann ich das denn aufsperren? Seltsam. Es ist alles so dunkel hier. Nachher haben wir bestimmt Nacht. Und dann sitze ich hier und kack mir ins Hülschen. Was brachte mir das jetzt? Okay, hier oben gibt es offenbar nichts Relevantes. Also eigentlich gibt es hier oben überhaupt gar nichts. Hier habe ich jetzt das Teil abgestellt. Jetzt haben wir es wieder aufgemacht. Dann machen wir es wieder zu. Dann muss ich jetzt draußen irgendwas wegen getan haben, oder? Ah, ich komme auf jeden Fall mal hier auf die andere Seite. Ich denke, das ist der Sinn dieses Häuschens. Was es mit dem Drehen dieser Turbinen-Gerätschaften an sich hat, weiß ich jetzt nicht, aber... Na gut. Oder das war hier bis dahin noch voller mit Wasser. Das habe ich jetzt ein bisschen zurückgehen lassen. Ich weiß es nicht. Okay. Wo muss ich denn hier überhaupt jetzt hin? Was soll ich tun? Habt ihr gehört? Da fing gerade Musik an. Oder ist sie immer noch da? Soll ich hier hochklettern? Nein. Doch, doch, Leute. Da fing gerade Musik an. Habt ihr gehört? Das hieß so viel wie, du bist auf dem richtigen Weg, Kaiums. Na gut, dann drehen wir jetzt einfach nochmal da dran und sehen, was passiert. Was sich da draußen ändert. So, jetzt ist es wieder ab. Warte, jetzt kommt hier richtig viel Wasser raus. Das heißt, das ist jetzt... Ah, nee, das ist nicht geflutet. Ich dachte... Hm. Komisch. Was ist jetzt hier meine Aufgabe? Also jetzt kommt hier ein großer Strom Wasser raus. Weil ich dieses Teil wieder angemacht hab. Aber... Was ist die Bedeutung von mir? Also hier hat sich nichts getan. Hier kann ich nicht weiter... Aber guck mal, da hinten... Ah, pass mal auf. Ich hab eine Idee. Ich hab eine kleine Idee. Die könnte vielleicht gar nicht so falsch sein. Das war jetzt wahrscheinlich nur so ein bisschen, um mich zu verwirren, dass ich hier in die Ecke gehen konnte. So, jetzt kommt hier wieder weniger Wasser raus. Und jetzt... Ich hoffe, meine Theorie ist richtig. Vielleicht können wir jetzt gleich hier hinten über den See gehen. Nee, da sprudelt das Wasser immer noch, oder? Doch, nee, doch. Es geht. Genau. Eben ging es hier nämlich nicht so weit nach unten. Seht ihr? Haha. Hattest du die richtige Idee? Gut. Und da setzt nämlich auch... The Music wieder ein. Wir befinden uns immer noch auf den Spuren der Carter-Familie. Und es sind nicht mehr viele übrig. Travis haben wir gesehen. Der ist oben eigentlich schon entbeint worden. Und... Eigentlich tot. Nun ja. Theoretisch dürfte nur noch Ethan am Leben sein. Ein schmaler, ausgetretener Pfad. Oder alt. Was ist das? Ethan war nahe. Ich konnte ihn fühlen. Ein Pinnprick der Licht in der Dunkelheit. Er würde mich kennenlernen. Er würde wissen, warum ich gekommen bin. Die Ethan muss ja auch von irgendwoher einen Brief geschrieben haben. Allzu weit kann er nicht sein. Wo sind wir hier? Was für ein seltsamer Ort. Aber sieht das nicht geil aus. Sieht doch aus wie echt. Fast. Wahnsinn. Wie die Computerspiele sich entwickelt haben. Bin ich einfach begeistert. Ach. Eine Blumenwiese. Ne. Blumen sind es nicht wirklich, aber... Eine grüne, saftige Wiese. Die Zeit scheint eingefroren zu sein. In dieser scheinbar idyllischen Welt. Oh. Oh. Das ist ein kaputtes Haus. Ist das vielleicht das Haus? Von dem ich gelesen hatte. Hier sind ja sogar noch Glutnester drin. Das heißt, es kann gar nicht so lange her sein. Das ist definitiv mal... Auch wieder ein krasser Gegensatz, ne. Es ist also alles gar nicht so lange her, hier, ne. Lustig. Das hier scheint sehr lustig von der Eingang gewesen zu sein. Mit diesen Löwen. Gehen wir mal in dieses heiße Teil hier rein. Heiß, 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 heiß. Was ist hier geschehen? Was ist das? Kurvus. Kurvus. Co R V Chorus Oh War jetzt nicht so schwer, ne? Na gut, aber hier unten Im Keller Gibt's... Was ist das? Arrest tot Verkohlt Friedlich Das ist alles seltsam hier, oder? Das ist der Opi Benzin Was macht ihr denn hier? Ach, das ist eine Benzinspur hier Diese drei nur Oh Er hat gesagt, dass für den Sleeper zu wundern, jemanden muss zu wundern. Schau! Als ich das Zimmer gefunden habe, habe ich ihn nicht wundern. Er versucht, zu wundern jetzt. Vandegrifft hat seine Verlangen. Er machte sie zu wundern. Das ist das, was der Sleeper will. Wir müssen in das Zimmer kommen. Ich kann mich durchführen. Grandpa, geh! Gail, es muss so sein. Der Sleeper muss nicht wundern. Es muss so sein, Ethan. Der Sleeper ist in uns jetzt. Grandpa! Geh zurück! Wir müssen alle sterben. Selbst du? Selbst ich? Selbst ich? Aua! Wie brutal, oder? Gucken wir uns das hier nochmal genauer an. Hiiii, das sieht aber auch eher spooky aus, ne? Nicht so schick. Dann folgen wir ihm mal hier hin. Der Ethan müsste ja dann eigentlich ganz in der Nähe... Da ist der Ethan! Ich werd verrückt. Was? Ethan, wake up. Na, Kind. Du hast es verstanden. Es war schrecklich, aber du hast es verstanden. Paul Prospero? Du... Du bist wirklich hier? Entschuldigung, Ethan. Ich war late. Zu late. Du bist richtig. Du war zu late. Du bist richtig. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ob ich in der nächsten Stunde, äh, in der nächsten Folge, ähm, ein bisschen ging... Wie soll ich sagen? Ob ich da nicht mehr so verwirrt bin? Das werden wir dann sehen. Bis dann. Ciao. Du bist haltbar. Aber wir habenиля. Uf. Und das ist. Ist doch nicht.